Moin, Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Na, wie geht's euch? Wie geht's gut? Ja, ihr habt zum Zilde gelesen, mal wieder ein politisches Video für die CDU. Ja, ich möchte jetzt einfach mal ein Statement abgeben. Warum ich in die CDU gegangen bin, dies, das. Vor knapp, ich weiß nicht, zehn Jahren fragte mich jemand aus der Jungen Union, möchtest du nicht in eine Partei gehen? Habe ich überlegt, ein halbes Jahr, habe mir viele Parteien angeguckt, SPD, Grüne, CDU und ich habe einfach gedacht, guckst du dir mal an, was die Jungen Union so macht? Ja, und dann war es eigentlich für mich klar, es wird die CDU, da die SPD zu der Zeit ein etwas schwierigeres Thema angesprochen hatte, was ich nicht, wo ich nicht drauf eingegehen wollte. Und die CDU hat dieses Thema so gut aufgegriffen, das passte. Gut, eineinhalb Jahre später bin ich dann auch in die große CDU gegangen, das heißt in das Hauptschiff, ja, und ich muss sagen, einmal CDU, immer CDU. Ich weiß, ich kann den Herrn Newstern verstehen, er war in der SPD, ist ausgetreten nach der Artikel 13 Debatte, aber nein, das werde ich nicht machen. Übrigens, ich sitze gerade hier auf meinem Balkon, das ist der Dach, ist ein bisschen dreckig, aber das sollte euch nicht interessieren. Ja, ich, was kann ich da noch zu sagen? Gleich im Anschluss gibt es nochmal ein schönes Bild aus Binz. Binz, da durfte ich eine Rede von Dr. Angela Merkel hören, denn Binz ist ihr Wahlkreis, wo sie lebt. Also sie lebt aktuell in Berlin, aber ihr Wahlkreis ist halt dort. Und ja, ich sag mal, einmal CDU, immer CDU. Ihr könnt mich dafür disliken, ich werde meine Meinung nicht ändern. Übrigens, das ist auch keine politische Werbung jetzt. Ich wollte einfach nur mal meine Meinung rausbringen. Jetzt im Anschluss nochmal ein Bild von Dr. Angela Merkel. Ich bin raus, ciao mit V, euer Robin. Tschüss.